Herr Albert, Sie haben für die gymnasiale Oberstufe im Fach Musik ein ausgesprochen interessantes Konzept entwickelt, das wirklich etwas Neues darstellt. Wie würden Sie das Konzept jetzt in der gegenwärtigen musikpädagogischen Debatte verorten? Also ich bin selber ein Freund des produktionsorientierten Ansatz in der Musikdidaktik. Das liegt in Hamburg auch nahe, denn Christopher Wallbaum oder Christian Rolle haben ihre Lehrerexpertise auch erstmalig hier in Hamburg erworben. Ich finde an diesem Konstrukt sehr charmant, dass ich als Lehrperson eine Musikpraxis inszeniere, die eben sehr viele Lernchancen in unterschiedlicher Hinsicht bietet. Manchmal weiß ich auch noch gar nicht unbedingt gleich, welche Lernchancen sich dahinter verbindet, sondern ich kann noch extrahieren und kann gucken, wie die Lerngruppe auf welchen Pfad sie gerade aufspringt. Für die Schülerinnen und Schüler steht natürlich das Produkt sehr in Vordergrund, also diese Sounddatei, die dann veröffentlicht wird. Ich muss mich als Lehrperson fragen, was brauchen jetzt aber die Schülerinnen und Schüler dazu, dass sie dieses Produkt erstellen können und dass sie das auch in einem vertieften Lernprozess erstellen können. Also es sind Vorüberlegungen notwendig. Und das ist das Gute. Das heißt, ich inszeniere Musik, die zum Nachdenken anregt. Und so verstehe ich Produktionsdidaktik. Nun hat ja Hamburg einen Rahmenplan Musik und tunlich sollte jede Lehrerin, jeder Lehrer dort hineingeguckt haben. Haben Sie das auch getan, bevor Sie an dieses Produkt oder in die Produktion gegangen sind? Also ich kenne den Bildungsplan in Hamburg auch ganz gut. Es gilt der für die Stadtteilschule aus dem Jahr 2011, weil der 11. Jahrgang noch zu der Stadtteilschule gehört. Und alle Bildungspläne bei uns in Musik sind aufgebaut in drei Kompetenzbereiche. Einmal Produktion, Rezeption und Reflexion. Und alle drei Kompetenzbereiche werden auch hier gut bedient eigentlich. Also wir haben eine musikalische Gestaltungsaufgabe. Das ist klar der Produktionsbereich. Es geht aber auch sehr darum, dass Musik gehört werden soll und verbalisiert werden soll, also in einen Austausch getreten wird. Das ist der Bereich Rezeption. Und dann finde ich ganz spannend, dass ja eine Vernetzung stattfindet mit den eigenen Hörerfahrungen im Bereich von elektronischer Musik zu dem, was vorher gehört wurde an Musikästhetik. Und es findet aber auch eine Vernetzung statt, was ist in dem Kurs sonst noch an Hörerfahrung vorhanden. Und das muss alles reflektiert werden. Und insofern sind wir da in dem dritten Kompetenzbereich der Reflexion angelangt. Die Frage ist mal etwas kritisch. Ist das nicht ein ziemlich großer Aufwand, den Sie betreiben und zwar insbesondere zeitlich betreiben, wenn Sie diese Projektmethode anwenden? Also ja, es dauert lang und man muss auch viel Zeit und auch Gelassenheit für offene Phasen halt haben. Aber Lernen heißt für mich ja nicht auswendig lernen oder für keinen sollte das eigentlich auswendig lernen heißen, sondern will ich irgendwie Nachhaltigkeit und echtes Lernen ermöglichen, muss ich eben Zeit geben und muss eben auch die Chance haben, aus den Fehlern, die automatisch entstehen werden, auch zu lernen und andere Wege zu beschreiten. Ich muss Hintergrund wissen, die Fakten, die Sie ansprechen, dazugeben, damit tatsächlich gearbeitet werden kann auf einer etwas höheren Reflexionsstufe, als es die Schüler vielleicht vorher gehabt haben. Aber es muss auf jeden Fall Zeit für diese offenen Phasen geben, wo ich nur als Lernbegleiter vielleicht wieder auf den Arbeitsauftrag hinweise und ansonsten die Schüler auch selber arbeiten lasse. Neben diesen offenen Phasen gibt es aber auch ganz klare Instruktionsphasen und die benenne ich auch immer so und dort bin ich 20 Minuten den Chef im Ring und sage, wo es lang geht. Hier stellt sich aber eine zweite Frage noch, die in der Bildungspolitik momentan ja sehr intensiv diskutiert wird. Wo beginnt eigentlich und wo endet die Frage der Nachhaltigkeit dessen, was ich jetzt beispielsweise mit diesem Projekt, aber auch darüber hinaus mit dem Musikunterricht erreichen kann? Also müsste ich meine Schüler denn nochmal in fünf oder zehn Jahren fragen, um das wirklich evaluieren zu können? Ich denke ja, in zwei Bereichen auf jeden Fall, wenn es darum geht, Entwicklung in der Musik nachzuvollziehen, zum Beispiel über dieses Hörbeispiel 1000 Jahre Musikästhetik oder auch über diesen Einstieg Roboter von Kraftwerk. Glaube ich, ist das, was da gehört, wurde so gut reflektiert, dass es eben in die eigene Komposition Musik 2050 eingearbeitet wurde und dann ist es nachhaltig, weil es sozusagen relevant fürs eigene Produkt gewesen ist. In Bezug auf Hören und Beschreiben denke ich auch, denn es sind schriftliche Ergebnisse anzufertigen gewesen, die sind im Padlet niedergelegt geworden. Man musste sich austauschen, da sehe ich auch sehr viel. Interessanterweise in dem Bereich Gestaltung von Musik, was ja eigentlich ein zentrales Merkmal ist. Denke ich, ist das nicht so nachhaltig, weil wir da häufig ja auch arbeiten wollen an der Struktur in der Musik oder an Melodienbildung. Und das ist alles sehr intuitiv geschehen von den Schülern. Möchte ich da einen Fokus drauf legen, müsste ich eine ganz andere Aufgabenstellung wählen. Sie sagten jetzt schon mal, Sie müssten in zehn Jahren sozusagen die Alumni noch einmal befragen, wie sieht es aus mit der Nachhaltigkeit. Das können wir jetzt nur noch nicht machen. Aber Sie haben zumindest Rückmeldungen bekommen von den Schülerinnen und Schülern, wie Sie diese Arbeitsweise in diesem Kurs erlebt haben. Das ist ja in diesem Projekt ganz gut dokumentiert. Das sehen wir ja auch in den Schülerinterviews. Es ist so, dass im Bereich von digitalen Medien haben wir häufig gesprochen, was bringt euch das im Lernen? Und da finde ich es sehr interessant, gerade der Aspekt, es baut Hürden ab, zur Beteiligung durch digitale Medien sehr positiv gesehen wird. Also ich kann mich beteiligen, ohne dass ich gleich eine Bewertung dadurch erfahre. Oder auch, es geht sehr schneller die Kommunikation zwischen uns Schülern über das Padlet, als dass immer der Lehrer so als Ping-Pong-Rückspieler noch dazwischen ist. Also da ist die Erfahrung sehr, sehr gut. Im Bereich Lernen in Musik habe ich ein, zwei Schülergespräche gehabt, die mir zeigen, dass sie zum Beispiel über die Art und Weise, wie sie Gregorianik erlebt haben, sehr vergleichbar finden, mit so gewissen sphärischen Elementen in der EDM-Musik, also Electronic Dance Music halt finden. Und wenn solche Gespräche aufkommen, merke ich, dass da Nachhaltigkeit und Reflexion auch entstanden ist. Andere Schüler weiß ich, haben auch sehr explorativ, also Try and Error gearbeitet. Da bin ich mir nicht so sicher, inwiefern dort viel Lernen in Musik immer stattgefunden hat. Es gibt ja Positionen in der Musikpädagogik, die sich gegen eine Produktorientierung wenden und zwar insbesondere auf dem Hintergrund dessen, dass dort sehr viel Aufwand und technisches Know-how notwendig ist. Wie sehen Sie selbst das eigentlich? Welche Voraussetzungen muss eine Lehrerin, muss ein Lehrer mitbringen, damit ein solches Arbeiten gelingen kann? Also einmal möchte ich generell sagen, wenn in Musik nicht Musik gemacht wird, also nicht produktorientiert gearbeitet wird, ist es für mich kein Musikunterricht. Das ist für die Kunst nie strittig gewesen, aber für die Musik natürlich lange Zeit. Und deswegen haben wir ja auch diese vielen und langen und auch teuren Ausbildungsmöglichkeiten, weil es darum geht, den Lehrer, die Lehrerin so zu befähigen, dass sie handwerklich immer in der Lage ist, natürlich musikpraktisch und musikproduktorientiert zu arbeiten. Wenn wir jetzt mal auf die Ausstattung und auch die Fertigkeiten der Lehrerinnen gucken, die notwendig sind, um so eine Digitaleinheit durchzuführen, kann man zum einen sagen, wir brauchen hier in den Unterrichtsräumen WLAN, damit das Ganze funktioniert. Wir brauchen fünf bis sieben iPads oder Tablets. Kein Klassensatz, sondern eben fünf bis sieben, weil wir kooperativ arbeiten. Wir brauchen vielleicht auch die Offenheit zu sagen, ihr dürft auch eure eigenen Handys verwenden. In diesem Fall mussten es eben iPhones sein, damit eben über dieses Programm GarageBand ein Austausch stattfinden kann. Und wir brauchen noch Kopfhörer. Das ist alles an Technik. Was muss der Lehrer können oder die Lehrerin? Sie muss sich auskennen mit GarageBand und dort Probleme lösen können und wissen, was da möglich ist. Sie muss ein Konzept haben, wie sie die Dateiverwaltung organisiert. Das war ein zentraler Punkt, dass immer wieder auf die gleiche Datei zugegriffen werden kann. Und man muss sich auskennen mit Internet-Tools wie Mentimeter oder Padlets. Das ist aber sehr schnell gemacht. Zu den räumlichen Voraussetzungen. Ich glaube, es ist gut, wenn man zusätzlich zu dem Musikraum auch ein paar Separierungsmöglichkeiten hat. Das kann angrenzende Sammlung sein, das kann ein Flur sein, das kann die Pausenhalle sein, überall da, wo WLAN halt noch möglich ist. Wir brauchen nicht zwei oder drei komplett ausgestattete Musikräume in dieser Einheit, sondern es können eben auch andere Räumlichkeiten sein. Und ich muss auch hinzufügen, ich habe das erlebt, dass es auch sehr angenehmes Arbeiten ist. Sonst ist Musikunterricht auch durchaus mal laut. Aber in diesem Fall sitzen ja die Schülerinnen und Schüler viel mit Kopfhörer dort und arbeiten. Und das ermöglicht es natürlich auch, dass in so einem Raum zwei oder drei Gruppen gut zusammenarbeiten können. Es gibt ja dieses Spannungsfeld zwischen Wissensvermittlung und Bildung. Wie würden Sie Ihre Arbeit in diesem Projekt einordnen? Das ist global. Also für mich ist Bildung ja etwas, da kann ich in der Schule die Chance geben, dass sie sich aufbaut, aber ich habe dafür nie die Spritze oder ich habe irgendwie etwas, wo ich ganz klar sagen kann, hier habe ich Bildung ermöglicht. Ich glaube aber trotzdem, dass diese Einheit eher im Bereich der Bildung einzuordnen ist. Denn ich habe versucht, den Schülerinnen immer Andock-Möglichkeit an ihre eigene Erfahrungswelt zu geben. Und wenn sie die denn nutzen und eben neue Anregungen nehmen, dann gehen sie nachher verändert dort raus und gehen mit einer etwas anderen Sicht auf die Welt auch wieder raus. Und die Welt anders zu sehen und anders erklären zu können, auch das ist für mich eigentlich das Zentrale im Bildungsbegriff. Und deswegen würde ich sagen, es ist eine Bildungseinheit gewesen und keine Wissenseinheit. Denn wenn ich die Schülerin frage, was hast du nun gelernt in dieser Einheit, kommen sie vielleicht gar nicht so schnell darauf, weil sie lernen meistens immer noch mit Wissen, Fakten, ich kann eine Zahl nennen, verbinden. Und das ist in dieser Einheit gar nicht so zentral gewesen. Herr Albert, man merkt, wenn man mit ihnen spricht und wenn man die einzelnen Filme auch sich angeguckt hat, sehr stark, wie kompetent sie selbst in diesem Bereich sind. Nun gibt es eine Reihe von Musiklehrerinnen und Musiklehrern, die haben eher Hemmungen, an so eine Sache heranzugehen und flüchten dann doch wieder in den alten Modus des Unterrichts, obwohl eigentlich das, was sie hier jetzt uns gezeigt haben, regelrecht spannend ist. Aber die Angst, das nicht hinzubekommen, ist relativ groß. Oder die Technik funktioniert nicht oder sowas, das ist ja auch. Ja, also ich würde, also ich möchte natürlich ermuntern dazu, das auszuprobieren, einfach weil anhand der Videos und des Materials, finde ich, hat man einen guten Einblick da drin, wie die Idee dieser Einheit gemacht ist. Und natürlich jede Kollegin, jeder Kollege ist jetzt aufgefordert, das handhabbar für seine eigene Lerngruppe zu machen. Aber technisch würde ich keine Angst haben. Wir haben so viel Expertenwissen bei den Schülerinnen und Schülern dort. Das kann man ohne weiteres nutzen. Viele Dinge, zum Beispiel auch die Dateiverwaltung, wird von den Schülern auch manchmal selber organisiert. Und das, was man als Lehrerin oder Lehrer sich vielleicht wirklich anschauen müsste, die Vorstrukturierung im Padlet oder sowas, das kriegt, glaube ich, wirklich jeder hin. Insofern möchte ich wirklich Lust machen. Setzen Sie sich damit auseinander, nehmen Sie ein Tablet einfach mal davor und ich glaube, es wird was Gewinnbringendes dabei rauskommt. Worin besteht ganz konkret der Gewinn für die Sensibilisierung in und mit Musik? Also, es bringt nichts, wenn man denkt, sozusagen man hat dadurch irgendwie einen Überblick über Epochen oder sowas gewonnen. Das ist nicht Ziel dieser Einheit. Es bringt auch nichts, indem man denkt, man hat dort gestalterische Elemente, wie wir sie klassischerweise kennen von Form und Aufbau oder sonst wie was erarbeitet. Sondern es ist für mich eher ein sehr übergeordnetes Thema und so, was bedeutet Musikästhetik? Was hören Menschen zu verschiedenen Zeiten oder machen Menschen zu verschiedenen Zeiten Musik? Und da findet Entwicklung statt. Da kann man wahrnehmen, es gibt hier plötzlich einen Puls in der Musik, den es vorher noch nicht gegeben hat. Es gibt hier plötzlich neue Klangästhetiken, die als schön wahrgenommen werden. Es gibt Early Adopters wie Kraftwerk, die mit irgendwelchen Konventionen brechen. Und das bringt eben gerade was in dem Bereich von Bildung zu sehen. Okay, wo finde ich Brüche irgendwo in der Musik oder auch in der Gesellschaft? Und kann ich selber interpolieren, wie es damit weitergehen wird? Habe ich dazu eine Haltung und eine Meinung und kriege ich die in meiner Musikpraxis irgendwie implementiert. Herzlichen Dank. Gerne. Sch. D cul guards. Sch. Date. Michael. Kleine. Chapter 2 Vielen Dank.